Hineinstolpern in ein Liebesabenteuer, meine Freunde nah und fern im In- und Ausland? Ja, das ist möglich, hört man den Originalsong von Chris Norman und Susi Quattro von 1980. Stumbling N! Auch in deutscher Sprache wurde diese Komposition veröffentlicht und heißt Die Tasse Kaffee und das Glas Wein trinke ich noch gerne mit dir, komm mal herein. Und das wurde damals gesungen von Bernd Klüber und Marion Merz. Hört nun meine instrumentale Version und singt einfach mit, egal in welcher Sprache. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ein Revival-Cover von dem Sänger Kyrill mit einem entsprechenden House-Track. Aktuell versammelt dieser Titel auf TikTok rund 500 Millionen Views. Top 10 in USA, Österreich und Polen. Top 20 in Neuseeland. Top 30 in den Niederlanden. Und mal sehen, wie hoch meine Tops sind. Meine Freunde nah und fern. Und bis zum nächsten Mal. Da wünsche ich euch was.